Ich bin noch ganz überwältigt von dem großartigen Wahlergebnis. Herzlichen Dank, liebe Wählerinnen und Wähler, für Ihr großartiges Vertrauen. Danke aber auch meinem unermüdlich kämpfenden Wahlteam. Vergelts Gott für Eure super Arbeit für mich und für den ganzen Landkreis. Es war ein anstrengender, aber fairer Wahlkampf. Und ich werde mich nun als Ihr neuer Landrat mit aller Kraft zum Wohle unseres Landkreises einsetzen. Gerade in dieser schweren Zeit mit der Corona-Krise und ihren Folgen gilt es alles zu tun, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin gut unterstützen. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute, Ihr Olaf von Löwes.